Hallo, in diesem Video möchten wir die Orangenpresse von Beketal Lebensmitteltechnik vorstellen. Hotels, Restaurants, Bars und Frischetheken. Die Beketal Orangenpresse bietet sich für zahlreiche Einsatzzwecke an. Sie bietet auf einfache Art die Möglichkeit, Kunden und Gästen stets frisch gepressten Orangensaft anzubieten. Mit der Beketal Orangenpresse lassen sich ca. 20 Orangen in einer Minute pressen. Die Orangen werden hierfür in die Rutsche gefüllt, von wo die Früchte automatisch weiter in das Gerät rutschen. Die Beketal Orangenpresse kann Früchte mit einem Durchmesser von 40 bis 95 Millimetern verarbeiten. Mit dem im Gerät integrierten Messer werden die Früchte in der Mitte geteilt. Die Früchte werden mittels der Walzen durch das Gerät gefüllt und sauber gepresst, sodass sie fein gepressten Saft mit Fruchtfleisch erhalten. Nach dem Pressvorgang fallen die Früchte automatisch weiter in die seitlichen Restebehälter. Die einfache Bedienung macht so die Herstellung auch größerer Mengen schnell und einfach möglich. In dem Korb auf dem Gerät lassen sich die Orangen praktisch und dekorativ lagern. Die Beketal Orangenpresse besticht durch ihre massive Bauweise. Für die hygienische Reinigung lässt sich das Gerät schnell und einfach auseinanderschrauben und genauso einfach wieder zusammensetzen. Das klassische Design passt sich jedem Einrichtungsstil an, ist unauffällig und praktisch zugleich. Damit bietet die Beketal Orangenpresse zahlreiche Möglichkeiten für das ideale Angebot am Frühstücksbuffet oder auch für den besonderen Cocktail am Abend. Dem Duft der frisch gepressten Orangen werden auch ihre Kunden und Gäste nicht widerstehen können. www.breiteal.com Bis zum nächsten Mal.